Schon als Kind lernt man, dass man nicht alles in den Mund nehmen soll. Warum machen Sie es jetzt? Zähne sind wie Ihre persönliche Visitenkarte. Ein schönes Lachen macht Sie attraktiv und gibt Ihnen eine positive Ausstrahlung. Vertrauen Sie daher Qualitätszahnersatz aus Baden-Württemberg, statt Billigprodukten aus Fernost oder Osteuropa. Schmiedezahntechnik aus Tettnang fertigt seit 13 Jahren Zahnersatz. Unsere Kronen und Brücken werden aus hochwertigen Rohstoffen hergestellt, somit gewährleisten wir langlebigen Zahnersatz für ein strahlendes Lächeln. Unser Gütesiegel, die Schmiederkrone. Unsere zehn Mitarbeiter erfahren ständig intensive Fort- und Weiterbildungen. Wir produzieren mit modernster Technik und nach neuesten wissenschaftlichen Standards. Fragen Sie Ihren Zahnarzt nach Qualitätszahnersatz vom Bodensee. Schöne Zähne sind kein Zufall. Schmiedezahntechnik die langlebige Alternative. Informationen unter 07542 6741 oder www.schmiedezahntechnik.de